Das abgeht. Außer Wasserfarbe. Jo. Immer noch kein Fels. Klar, wir könnten hier jetzt die ganze Zeit rennen, werden schneller fertig, aber dann verpassen wir auf jeden Fall die Steingesichter. Andererseits werden wir eh nochmal durchlaufen müssen, ne? Um die alle zu finden, können wir es jetzt auch ein bisschen beeilen. Kein Gesicht im Wald. Das sieht fast so aus, als könnten wir da durch, aber... Nee. Da ist ein Gesicht. Eindeutig. Fokus. Und ein Bäumchen. Und, und, und. Oh. Noch kein verpasst. Ja. 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 in the hills and stones they may be the remnants of a godly race who lost a war with giants and finding the world changed retreated into silence but you still see their carvings and circles from the time when they walked among men mm-hmm okay und das so ist dann ist dann ist das so da muss wohl eine kugel rein gehen wir mal eben die gegend absuchen kann ich nicht hoch okay so allein das sieht doch schon mega geil aus wie viele 90ern so bei den ja nennen wir es techno musik videos trotzdem mal noch ein bisschen gucken okay über den hier grappen das war ein geiler übergang nicht nur upside down die ist gespiegelt und das ist ja cool ne das ist ja echt cool heißt das ich kann jetzt dahinten vielleicht doch hoch ne ja ich stehe ja total auf so abgefahrene dinge aber nur da oben nicht runterfallen okay Danke. Ha! Noch ein Yggdrasil. Not so, we'll see. Here they know that if times are harsh, you may ask of the hidden folks to share their bounty and if you are strong and wise and good they may hear your plea and send you aid. wenn ihr das sagt da komme ich runter dann müssen wir erst mal hoch höhle aber hier ist bestimmt dann irgendwas einzusammeln oder auch nicht ohne 4 in folge also der typ ist dann als sprecher wenn man es durchgespielt hat Thorgrim's men had loaded their boats with whale meat but as they went to leave one of their opponents struck Thorgrim's brother a fiddle blow and this is how hunger feeds desperate men to come to blows striking out against one another to survive okay und dann gehen wir mal hier durch muss ich dahin wo es qualmt dahinten wo das feuer rauskommt könnte man grad meinen ne weil es kommt tatsächlich immer näher der nächste test so da ist ein pult da oben ist ein pult und hier ist ein pult so nochmal gucken wo wir die kugeln finden das war jetzt auch nicht schwer digger es geht up upside down upside down up up upside down so far es geht hier wird naja dies jetzt muss ich da wieder andersrum bin ja kein kleiner dummer das muss ich wieder verändern ja ich will trotzdem mal eben gucken es gibt nur von einer richtung anscheinend genau so eine brücke okay jetzt die brücke wieder weg machen ich bin gespannt wie die viecher aussehen wenn das keine menschen sind bin ich nicht bin anders ganz anders sieht das einfach geil aus alter stell dir mal vor ein assassin's creed oder ein tomb raider sieht so aus gute zeiten kommen da auf und zu 2 wir kommen das auch immer näher dem rauch ist hier was versteckt oder ist das der richtige weg ein gesicht ka-ching jawoll wie sie auch immer so verschmäht in die kamera guckt ne selbst beim beim laufen die fühlt sich beobachtet das ist so geil gemacht das wird nicht eben auffallen weil da muss man glaube ich schon ein bisschen mit der materie psyche zu tun haben um das zu sehen komme ich daher ich will aber hoch da gibt es doch irgendwas schönes wasser physik des wassers ist ganz annehmbar das gibt es aber schon besser muss man zugeben ah guck hier guck hier ah da sehe ich schon wieder eine ruhe ne he he das bluetooth zeichen das zeichen für verbundenheit ich sag halt nur w skalds speak of the time grettier traveling with some others ran into rough weather und docked their boat in an island they had not brought fire with them and the merchants complained bitterly seeing a great fire blazing on the other side of the street grettier said he would swim over to fetch it he took off his clothes and struck out across the water wearing nothing but a cloak und weiter da noch ein pfad näher können wir nicht die tage so kurz das hier bestimmt noch was versteckt jawohl z mit zorro wenn Grettir came to the farm where the fire was burning all was peaceful by the time he reached them his cloak was frozen stiff and he looked like nothing more than some huge troll the frightened farmhands struck out at him with the first things to hand the burning logs from the fire Grettir fought them off and got the fiery salt but the sparks from the logs spread fire all over the house and nobody survived the place over there it's coming from down there what does it mean hm it's a sign you're on the right path ich kann hier sonst nirgends hin oh ist schön schöne Beleuchtung oh mit der Sonne noch mega man will gar nicht rennen ne man will es einfach genießen wie schön das ist oh mit der Sonne noch trotzdem erstmal gucken Nein, da ist nichts. Da könnte man meinen, das wäre ein Gesicht, aber ist es nicht. Okay. Boah, ist das schön, Leute. Ah, ich wollte mal eben. Was kann man denn da machen? Rund, Sichtfeld, Lichtverzögerung, Temperatur, Farbton, Fokus. Da, 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 da. Mhm. Ah, verschiedene Charaktere. Nee. Nur Senua. Mhm. Wie kann das denn sein? Schwupps. Drehen. Keine Mimik oder so. Naja, okay. Beleuchtung. Beleuchtung 2. Seitenverhältnis. Kerzenlicht. Knackig warm. Knackig kalt. Das ist krass, ne? Herbst. Horror. Ja. Mundlicht. Sanfte Wärme. Spannung grün. Schwarz-Weiß. Wargantrast. Sepia. Schablone. Lebhaft. Lebhaft ist auch immer gut. Effekte. Echtzeiteffekte. Ja. Ah. Okay. Hat sich jetzt aber nichts geändert, ne? Nö. Okay. Ist ja auch ein cooler Effekt, ne? Focus. Das sieht ganz cool aus. Wahrnehmung. Tunnel. Wie krass, wie das aussieht. Action. Magie. Oh, alter. Das ist ja cool. Ohne. So. Können wir machen einfach mal. Aber wie? Wie macht man denn da ein Foto? Steuern. Okay. Mach doch. Ja, so nicht. Komm, ich will einfach nur mal ein Foto machen. Bin ich zu doof? Da ist doch nix. Da ist doch nix. Oder muss ich... Oder muss ich... Ist das dann ein Screenshot machen oder was? Ja, komm. Lass gut sein. Ja, ja. Ja. Du hast doch nix. Du hast aber... Es ist hier. Du hast aber... Vielen Dank.